Kein Fernsehsender hat sich bislang entschlossen, statt dieser Weltmeisterschaft einfach was anderes zu senden. Warum werden Übertragungsrechte für ein so menschenverachtendes Ereignis von ARD und ZDF gekauft? Unsere Gebühren landen in Katar und bei der FIFA. Und hat nicht Jörg Schönenborn mal die Rundfunkgebühr eine Demokratieabgabe genannt? Das ist doch schon ein ganz guter Gag. Wir finanzieren diese Weltmeisterschaft in Katar mit unserer Demokratieabgabe. Also da muss ich sagen, ist das Geld, wenn Sie mich fragen, ist das Geld im Massagesitz von Patricia Schlesinger sogar noch besser angelegt als das.